Da hat er meinen neuen Server bewertet. Fand ich richtig nett von ihm. Willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars. Ja, diesmal zu 4 bei den Leuten hier mit der Jots. Heute sind nur Jots da. Guck mal Leute, ist ein richtiges Easter Egg. Ja, das ist kein richtiges Easter Egg. Brauchen wir einfach nur ein Zufall. Zufall? Ja. Schaut, dass ich nie sowas einblenden konnte, ist ja auch richtig cool. Sowas hat mein Aufnahmegerammer halt nicht drauf. Und außerdem, Leute... Ich hab jetzt mein, ähm... Mein, äh... Mein Mikrofon woanders hingestellt, dass hier nicht das Rauschen hört. Das ist viel besser. Aber jetzt haben wir uns schon mal eine Waffe gemacht, aber... Das ist genau vor meinem Gesicht dieses... Mikrofönchen... Fondöchen. Ja. Da schieb mir bis runtergefallen. Ach, das ist mir sowieso nicht. Aber... Interessiert uns aber nur die Runde. Hoffe ich geht nicht so lange. Hoffe ich auch. Wirklich. Wie letztes Mal bei den Aufnahmen. Ich werd das nicht einblenden. Diesmal wirklich. Wupp. Oh. Großer Sprung. Das ist sehr gefährlich hier. Aber... Ich bin eben gefährlich. Bin der Grill. Hey. Spaß. So. Mein, da... Was ist das? Kann man nicht mal einbacken? Das ist so... Oh. So. Oh. Haben wir viel Eisen. Das reicht uns sogar für... Wir können uns noch mal so ein paar Steuernchen machen. Ja. Wir können uns ein paar Steuernchen machen. Oh. Da warte ich schon welche. Mach's wenn die Tür offen. Warte mal. Ich bin jetzt hier mal schön. Ja. Komm. Tür. 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 So. Und ich bin nicht mal in der Mitte schon. Gibt's ein Gemetzel. Auf Gwetzel. Ernsthaft. Das ist richtiges Gemetzel. Ach. Schade, dass nicht wie es auf dem PC ist. Aber ist ja schon fast. Krass. Also mit schon mal. Bitte Kaufsystem. Ist es super. Aber ich meine ja richtig so eine Anzeige. Das wäre. Bombe. Cool. Und so eine Zaunzimmer. Das Wett abwauen. Das wäre noch besser. Da würde man sich am Anfang erschrecken. Weil man sich das noch nicht gewohnt ist. Ja. Wenn Kommandwirbel wirklich rauskommen. Das wissen wir nicht. Leute. Wird das sicherlich wahrscheinlich. Richtig krass. So. Wir hoffen wir. Reißen die Runde. So. Da liegt richtig viel Gold. Naja. Nicht so. Aber. Oh Gott. Da können wir uns schon mal unter das Bett rushen hier. Danke, dass du mir geboostet hast. Das ist richtiges Teaming. Und das Bett ist. Äh. Ja. Ja. Schießt den Abstaub. Ohne Scheiß. Aber. Ja. Ich glaube. Ich muss nur die Runde reißen. Kannst du mir Leder. Das ist schick. Hier holen sie immer Blöcke Leute. So. Ich muss nur die Runde reißen. Ob die so kurz geht. Wissen wir nicht. Aber die Map heißt Cover-Bahn. Von den Nutella Shaker. Oder Gaming King. Speziell. Das ist bei mir immer. Ah. Ich glaube ich mach ne Fail. Ich mach nen Fail Best-Off. Ohne Scheiß. Schreib mal in die Kommentare. Ob ihr einen Fail Best-Off haben wollt. Wie oft nicht schon gefailt. Und ich muss das alles in meine Videos ausdrücken. Mein Ordner. Natürlich. Kann ein bisschen zauern. Dauern. Wenn ich den Best-Off machen will. Ja. Das wird sicherlich lustig. Wenn ihr wirklich sowas haben wollt. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Oder gebt ein Like. Wenn ihr sowas wirklich noch weiter sehen wollt. Äh. Ein Best-Off sehen wollt. Von Fail. Fails. Ja. Aber es wird auf jeden Fall auch kein Brennen. Und das steht überhaupt weg. Was ist da vor? Watt. Wer ist draußen eigentlich? Ist der Bett? So bleibt Yoshi. Muss sein. Du bist tot, weil ich dich getötet habe. So. Brauch ich jetzt mein Bett auch nicht weg. Vielleicht wird gemetzelt. Dann vermischen wir uns mal. Cool. Einfach nur entspannen Leute. Ach. Ach. Ja. Ihr zurück. Ist. Ist das euer Ernst? Jetzt hat der natürlich. Ich lad mich ein. Hm. Von wegen. Jetzt soll ich ihn mal ein. Wie leid. Kein raus. Na weil ich nur hier sowas. Jetzt ab jetzt mal. Ich hab gehört. Datritte meinen neuen Server bewertet. War nicht richtig nett von ihm. Hobs auch nicht. Ja. Datriss. Genau. Der Datriss. Ja. Wirklich auch mein Server. Aber ich habe schweres beeindruckt, dass er reingekommen ist. Aber. Hat nur zwei Wochen gedauert. Er ist schon alles fertig. Da werde ich euch schon mal schon bei der Radio zeigen. Ja. Ist unser Bett noch da? Jo. Und wie? Wir sind glaube ich noch. So. Jetzt können wir uns mal versuchen. Oh. Ich hab ne gute Abstauertaktik. Jonger 1, 2, 3. Ah. Ne. Fuck. Schade. Ich glaube wir werden uns auslöschen. Na das ist nicht so auslöschen. Aber. Neun Eisen. Ich hab ihn schnell eingekritten. Sonst wird er tot. Oder er holt die Skirt. Das ist noch schlimmer. Und. Und den holen wir uns auch mal. Den blauen. Ja. Das ist der blaue. Richtig. Das sollte man mal richtig machen. Dass man hier. Hm. Was ist meine Sachen? Ja. Die darf man hier übereinsammeln. Das ist was anderes. Dann können wir uns gleich einen Bogen machen. Das ist super. Aber. Ja. Ich spiele noch meistens gemodelt. Weil ich genug davon habe. Genug. Maps dafür. Oder ich spiele aber meine. Die sind nicht gemodelt. Aber werden. Und zwar nicht gemodelt sein. Also. Die auch ein Zerwascher. Und. Also der Zerwascher ist richtig groß. Leute. Doppel zu. Ich hab mir noch kein Bogen gemacht. So. Und da attackiert uns sofort jemand. Und versucht uns zu töten. Können wir aber da. Wie viele Schwerter haben wir eigentlich? Und ich. Ich hab noch keine Ahnung. Wie viel Schwerter wir noch haben. YOLO. Also die Runde geht schon lange. Ha. Oh ich geht nicht aus zwei Teile. Okay. Au. Das hat wehgetan. Richtig. Wehgetan. Die Wurst beim Mal. Ah. Das war ein Fehler. Bei ihm. Ach. Bitte. Kein Fail heute. So. Haben wir schon. Ich weiß was er vorher hat. Was. Ich mag Quikettils. So. Das gibt immer mehr Schaden. Oh Gott. Ah. Ah. Geh doch einfach sterben. Ah. Geh doch einfach sterben. Oh Gott. Das überliegt das. Das sollten wir noch. Dann ist unser Bett noch da. Kann sein. Ja. Ja. Oh Gott. Der hat nicht getroffen. Das ist gut. Und er ist ein Goldapil. Ja. Schade. War wirklich gut. GG. An dich. Es gibt noch einen Spieler. Oh Gott. Ich bin aufgeregt. Wir spielen so Mittelnacht. Mittelnacht. Ja. 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 Ich bin noch krank. Deswegen bin ich auch öfters zu Hause. Kann auch nicht dafür. Bin krank. Bis es Heitag. Freitag habe ich noch können. Dann können wir uns mal das erste Back-Brushen. So richtig. Ja. Jongle ist jetzt offline. Ja. Gute Nacht an dich Jongle. Aus den. Und da sein wir. Das ist ja schon längst weg. Ah. Schade. Und jetzt wird er mich boosbam. Mal schön stehen bleiben. 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 Komm. Schade. Ich habe richtig gut gehittet. Aber habe ihn leider nicht so gut getroffen. Und deswegen habe ich auch verloren. Ja. Aber gut. Ich glaube das ist noch kein GG. Wert. Aber er will sich verteidigen. Er hat auch kein Ehekönnen mehr. Und er wird sich sicherlich jetzt boosbam. Und er gehts ohne. Ja. Ja. Dein Bogen kannst du dir am Arsch recken. Ah. Ja. Ein Herz noch. Ich bin so gut in Lauf. Ich passe tot. Junge. Ich war ein Schuss. Ich bin tot. Ah. Der Rausbämmer halt. Ja. Ich hatte so eine Finale. Aber. Ja. Also Leute. Ich mache es so auf. Wenn eine Runde mehr als 10 Minuten geht. Mach ich keine zweite Folge. Also Leute. So geht's. Das läuft jetzt bei mir. Oh. Ist er schon tot? Nein. Er kauft sich Equip. Ah. Ja. Da ist ein Schwert. Ah. Schade. Alter wie viel Tränke hat. Wie viel Tränke hatte ich. Das habe ich gar nicht gesehen. Schade. So. Ach. Ach. Ja. Er muss nur einmal sterben lassen. Das ist schon wie gut wie dort. Mhm. Ist schwer. Spannend. Ja man. Richtig cool. Sonst bin ich ja von der Mädchen. Das habe ich sonst genannt. Ich auch mal. Äh. Nein hatte ich nicht. Ich hatte eigentlich mal so einen Menschen Skin. Kein Creeper. Ich hatte mehr so einen Steve Skin. Ja. Ich leute. Leute. Schreibt man die Kommentare auf die mal. Ich habe so viele gute Ideen für meinen Kanal. Ohne hatte ich ein. Ja. Ja. Brust mir mal. Halt. Und ich bin runtergefallen. Ups. Ups. Die Pansch. Ups. Ups. Das Ding. Runterheißen. So. Neue Brust. Noch ein Schwert. Komm schon. Müsst nicht nur runterklicken. Hey. 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 Komm. Super. Papa. Ey. Wenn er jetzt runterfällt. Lache ich aber wirklich. Ey. Ja. Ja. Ich habe gewonnen. Ja. Ich habe gewonnen. GG. Leute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und abonniert mich wenn ihr gut seid. Und auf Wiedersehen. Und haut rein Leute. Und. Einen schönen Creepigen Tag noch Leute. Und haut rein. Und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.